Also, normalerweise mache ich sowas nicht. Erstens mal ist es weitaus gefährlicher, sich auf Spieler einzulassen, die man nicht kennt, als alleine unterwegs zu sein. Zweitens aber, und das ist noch viel wichtiger, muss man seinen Mates vertrauen können. Ich hatte mich mit einem Tribe zusammengeschlossen, genau genommen mit zwei Spielern, Prickles und Tim. Ich gebe zu, ich wusste selber nicht genau, was ich davon halten sollte. Doch, eins kann ich euch versprechen. Es kam alles etwas anders, als ich es erwartet hatte. Okay. Oh ne, oder? Was ist das? Fuhr! Digga, was? Ach, am Arsch. Und ich habe besser, ich glaube Flak. Mein Helm. Die Brust. Ich habe nicht viel Muni. Bin ich leer? Wow. Fuck my ass, Digga. Fuck my ass. Bloody raus, ich muss weg. Ich muss weg. Ah, Schleckenjunge, als ob. Als ob, Digga, was nehme ich mit? Äh, Ding? Da war Flossen, die sind drin. Digga, die sind drin. Mein Bloody. Mein Tri-Crabpils. Das war's. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Ich muss. Ich muss. Hey, Digga. Ja? Als ob du an bist, Mann. In die Uhrzeit, ich wurde gerade geradet. Was? Von wem? Darfst du dreimal raten. Es war gerade mal der dritte Tag des Servers und ich wurde schon geradet. Das sucked. Ich hatte keine Base mehr. Das meiste meiner Ressourcen war auch verloren und meine Motivation war ein Keller. Wäre der Server nicht gerade mal drei Tage alt gewesen, hätte ich bestimmt nicht neu angefangen. Und dass ich Prickles und Tim gerade mal einen Tag zuvor kennengelernt hatte, schien mir ein weiterer guter Grund zu sein, um es noch ein letztes Mal zu versuchen. Farmrun it is. Mining Drill rein. Und ab dafür. Für Ehre aller. Das sind Deutsche. Pock. Da will ich aber nicht reinziehen. Oh! Firmblas raus. F.U.R. Ist das eine F.O.P.? Die haben da Turrets. Da ist ein Bloody. Da sind Spieler. Da flitzt einer. Die snipen gerade. Okay. Auf den Bloody. Auf den Bloody. Vielleicht kann ich da was joinken. Da düst einer. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt, Digga. Was geht da ab? Ich geh mal hoch. Wo ist das? Ist das da? Oh ja. Ich hör's. Ja. Oh Gott. Zwei Bobs. Die werden gefoppt, ne? Jojo. Ihr habt da eine F.O.P. vor der Base. Lass doch einfach sein. Wir haben hier vor paar Tagen angefangen. Wir haben eh noch nichts. Ich gehör nicht zu denen, Digga. Ja, du bist friendly. Aber warum stehen denn deine Freunde da oben mit nem F.O.P.? Das sind nicht meine Mates, Mann. Real Talk. Ich mein... Sieht halt schon alles danach aus, so'n bisschen. Vielleicht komm' ich hier drauf. Ja. Da sind sie. Da fliegen Raketen. Ich weiß halt nicht... Ich weiß halt nicht... Ob ich die krieg'. Vielleicht könnte ich's von dem Ast links versuchen. Oder ich grapple mich da dran. Ist halt die Frage, ob ich jetzt genutzt werd', ne? Boah. Die merken's nicht, oder? Die merken die's. Boah. Ich bin drauf, ich bin drauf, ich bin drauf. Was haben die da? Die F.O.P. ist offen. Die F.O.P. ist offen. Hab ihn. Gary, marry me. Pock. Oh. Da ist einer auf dem Bloody. Andy. Der zieht, der zieht, der zieht, der zieht. Go, go, go. Go, 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 go. Ich bin drin. Ich bin drin. Was ist denn hier? Fuck, ich komm nicht raus. Ich muss das ganze Ding droppen, oder? Okay, ab geht's. Ist die aus? F.O.P. ist aus. Da kommt noch ein Rocket. Wir haben's nicht gecheckt, oder? Auf zu meinem Bloody. Yo, Digga. Seid ihr da? Bitte was? Ich hab euch die F.O.P. mal weggecleared. Seid ihr schon länger hier? Danke, Go. Ja, so seit ein, zwei Tagen vielleicht. Ein paar mehr vielleicht so. Habt ihr Bock, nur Ali zu machen? Ich bin Solo unterwegs. Ja, klar. Ich mein, jetzt vertraue ich dir schon eher, dass du nicht zu denen gehörst. True. Relatable. Kann ich irgendwie hochkommen? Ja, ich kann die Töds kurz ausmachen. Sick, man. Sind sie aus? Ist... Ist aus. Ich komm. Dega. Crazy, als ob ihr hier baut, man. Ich baue echt richtig nah. Ja, okay. Wer war das, der euch gefoppt hat? Ich glaub, die hab ich nämlich auch schon mal gesehen. Das war Fuck You Retard. Also F.U.R. Kennt ihr die? Wisst ihr, wo die bauen? Ja, ich glaub. Ich mein, die sind hier ganz in der Nähe, oder so. Die fucken uns schon ein Stück länger ab. Also die campen uns jetzt seit bestimmt zwei Tagen an jeder Mission ab, die wir machen, und so weiter. Belastend. Aber gut scheine ja nicht zu sein, ne? Die Pop war jetzt nicht das Beste. Der hat es ja auch locker so geschafft. Dann lad mich mal ein, dann könnt ihr eure Turtles wieder anmachen. Ich baue, by the way, genau, einen Baum weiter. Also ich kann aus irgendeinem Grund keine Alli machen. Also ich kann eine machen, aber ich kann dich nicht einladen. Du hast keinen Tribe, oder? Einladung zur Allianz. Alli akzeptieren. Ja, perfekt. Ich bin aber leider nur Solo. Wie viele seid ihr? Ja, wir sind nur zu zweit. Ich war eigentlich gerade auf dem Farmerun. Ich geh mal weiter, ne? Wenn irgendwas ist, callt einfach in den Chat. Alles klar. Danke nochmal. Jo, man sieht sich bestimmt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, mies. Ich glaube, ich gehe jetzt in den Schnee und baue mich da wieder auf. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen. Habt ihr vielleicht Fuhrrüstung? Ja. Fuhr wäre nice. Ich schau mal. Alles kläre ich hin. Absoluter Abfuck, Mann. Ja. Aber ihr macht gut Progress, sehe ich. Ja, ja. Gerade fertig geworden. Sick, Mann, sick. Wie komme ich zu euch? Wo muss ich hinporten, wenn ich zu euch will? Falls irgendwas ist? Also wir porten immer nach Moorosten. Und dann kommen wir hier ganz in der Nähe raus. Alles klar, easy. Ja, danke dir. Vielleicht sieht man sich nochmal, ne? Ich konnte jetzt auch echt nichts mehr machen. Die waren schon drin. Ich habe mich gerade erst eingeloggt. Es war einfach zu spät. Ja, das ist echt bitter. Also wenn du was brauchst, dann meld dich einfach. Alles klar. Ich port mich raus, ne? Jo. Viel Spaß. Was? F.U.R. Fuck you, retard also. Derselbe Tribe, der am Vortag Prickles und Tim angegriffen hatte, hat es jetzt wohl auf mich abgesehen. Und ja, vielleicht hätten sie mich nicht geradet, wenn ich mich nicht eingemischt hätte. Aber wo bleibt da der Spaß? dann suchen wir uns mal einen geeigneten platz irgendwo hier wir halt geil oder irgendeiner ritze gut auf zum eis ich brauche ein paar missionen rhino rally 2000 meter hoffentlich bekomme ich ein bisschen was brauchbares mann ich brauch den scheiß digga ohne witz da sind wir was bekomme ich bitte ein bisschen was ein schild ich nehme zwar mit auf den scheiß ziehe ich mir rein taucherflossen nehme ich mit dann mache ich jetzt noch das eis fischen da kann auch immer was geiles droppen lawine okay sieht safe aus okay dann eigentlich war eine runde geld hier kann okayer loot sein das ist aber ein gamble x a q d s c x z alter da hat sich einer reingeportet der hat sich reingeportet oh ne oh ne oh ne ich hab's kuba da läuft der oder skypecs der fliegt zur mission oder scheiße ich hab die mission noch an der weiß dass ich hier bin weil die mission an ist abgebrochen jetzt muss er starten ne ist er am terminal ja er hat gestartet ich sehe ihn nicht sind irgendwo fische da schwimmt ein fisch hin da tümmeln sich fische und hier auch der angelt hier oder ja ich sehe die schnur ich sehe seine angelschnur als ob was hatte der kriot besseres flugschild die flugschild brauche ich die piste brauche ich ja ich muss weg kann jetzt leider nicht weiter angeln let's fucking es wird nacht perfektes timing hier sollte mich auch eigentlich echt keiner finden oder ich meine wenn mich hier einer findet dann weiß ich auch nicht und ich muss wohl oder übel jetzt ein bisschen fahren da geht kein weg dran vorbei ich versuche mir jetzt ein ferox zu ziehen ich habe zwar ein bloody mit dem ich überall so weit hinkomme aber von meiner base bone die ganze zeit wölfe und die kriegt er nicht gecleared super abfuck ein skiff ist hier gerade einer drin ne oder was für ein zufall wär das denn hier steht ein ferox von fuhr what the fuck der wird 195 210 die sind hier safe die sind hier safe ich wart hier da kommt einer da kommt einer hier könnte noch einer sein das war gary von fuhr digga ferox element sick und flack okay mit denen gamer 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 der will safe auf skiff wo ist der skiff der gräbt mich und weg no no ich bin am arsch ich bin am arsch ich bin am arsch ich bin am arsch ich bin so am arsch scheiß auf den bloody ich muss weg ich bin am arsch ziehen 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 ab in den schneesturm muss ich verstecken ist er gelandet vier runs out wie viel element braucht der eins er ist er ist er ist er ist mach schnell Let's fucking go Aufskipp Das ist seine Base Das ist fuhr Ne Okay, wie lange hält mein Ferrox noch? Ein bisschen Ich kann auch mit dem Scouten gehen Oh shit, man Let's go Ich hab noch Zeit Komm ich auf der anderen Seite vielleicht hoch? Da stehen Turrets Auch auf der Seite Allerdings aus Okay, einmal hoch Okay War das eine Start Base? Rein da Da kenn ich nichts Und die Slipa weg Oh scheiße Das kann ich nicht riskieren Einmal runter mit mir Kann ich da links vorbei? Ich muss mir kurz in Schlafzeit bauen Und respawn Thick Base, boy Ich kann den Ferrox-Leader nicht einkrayen Ich versuch's Ich brauch Flak Okay Okay Let's fucking go Alter, war das knapp Neue Schuhe Nun Ich hatte schon wieder eine Begegnung mit FUR Und schon wieder hatte ich alles an sie verloren Doch daran war nicht alles schlecht Jetzt habe ich wertvolle Informationen Die gesamte Zeit über ging ich davon aus Das FUR auch im Moor bauen muss Warum sonst sollten sie meine Base schnell gefunden haben Genauso wie die meiner Allianz Ich hatte eine Idee Ich hatte zwar nichts um ein Rake zu versuchen Aber wenn ich es schaffen sollte Prickles und Tim davon zu überzeugen Mir zu helfen Gab es vielleicht eine kleine Chance Mein bestes Gearset ist weg Und der Ferrox steht da oben Aber der wird zum Glück gleich klein Dann sieht man den nicht mehr Ich mach mir eine Armbrust Und Grapple mich zu meiner Allianz hoch Ich hoffe ich kriege meinen Ferrox wieder Was hat denn ihr gesagt? Moorosten Koordinaten Diese Richtung Ich glaub da ist es oder? Ja das müsste die Plattform sein Ich muss jetzt nur schauen Dass ich da mit meinen elf Grapples hochkomme Im Chat hab ich sie grad nicht erreicht Und Wir haben uns nicht auf Discord geedet oder so Fuck ey Ich hab nichts mehr Ich hab gar nichts mehr Ich hab Keine Base Ich hab kein Gear Ich hab Einen Trike noch Wenn die jetzt nicht down sind Die zu raiden Dann Dann war es das wahrscheinlich Für mich vom Vibe Ich bin auch motivationstechnisch So langsam echt am Ende Holy shit Okay da bin ich Hello hello Mein Bloody steht hier immer noch Ach ihr seid da Hey Digga ihr glaubt nicht was mir passiert ist Mann Was ist passiert? Ich hab vorgefunden Und die haben alles von mir Habt ihr Bock die zu wipen? Ich glaub nämlich es könnte wirklich gehen Ja wir haben ein paar Stegos und Trike Sogar zwei Ich hab nur leider auch gar kein Equipment mehr Könnt ihr mir da bisschen was borgen? Ja klar Nice ey Also ich hab schon gescoutet Die bauen auf so einer Brücke im Schnee Das ist aber machbar Wir können uns an der einen Seite hochgrabbeln Oder mit Bloodstalkert hochklettern Dann ne Minifop aufbauen Und dann denke ich so Das war leichter als gedacht Die beiden hatten auch noch eine Rechnung mit voroffen Und waren sofort dabei Jetzt ging es nicht mehr um das Ob Und Wann Sondern nur noch um das Wie Ja dann lass los oder? Ja klar Ich würd einmal noch Ich nehm hier meinen Farmbladi Der ist beim letzten Mal einfach nicht mitgekommen Wurde wahrscheinlich gemerkt ne? Ja ja Haben wir schon gesehen Ähm Ich würd noch einmal Ich hab nämlich auch noch einen Trike Ich würd einmal noch Lass zusammen reinporten Dann geh ich noch einmal zu meiner Base Und hol den Ja Hört sich gut an Seid ihr ready? Dann fang ich schon an Ja ich glaub wir holen unsere Bloodstalk Gleich mal noch mit Ey zum Glück hab ich so ne Ali ne? Ich hätt schon 10 mal gequittet No joke Fuck Was geht heute ab? Prickles und Tim ey Da sind wir Ich zieh nochmal ab zu meiner Base ne? Okay Ich brauch meinen Trike Noch mehr C4 Ich nehm alles mit was ich kann Ab zurück zu den Jungs Die warten Osten auf mich Die haben noch ihre Bloodstalker geholt Boah Let's go alter Jungs Geh nach Es ist hier unten links Ich hoffe die Verfolgung ist gut Wir können hier auf die Seite hoch Die Turtles da sind aus Wollt ihr schon markieren? Ich hol mein Pherox kurz Hoffentlich klappt das man Ich hab ein Pherox Und ich hol mir auch Direkt schon ein Element In Not kann ich den Sofa wandeln Okay Das wird richtig tricky Den müssen wir erstmal soaken Danach können wir weiter gucken Okay und da ist dann der zweite Tower Die sind on Tag Skiff Boys Tag Skiff gesehen Die sind on Bisschen Vorsicht Und ein bisschen schnell bauen Und ein bisschen schnell bauen Beeilung 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 Die sind mit dem Tag Skiff da Die sind on Digger Tim und Prickles Junge Was für Granaten man Die Fop steht gleich Da ist der Skiff gewesen Wir müssen schnell bauen Digger Der fliegt Ich glaub die sehen uns Mann Ich glaub die sehen uns Alter die müssen sowas von schnell bauen Die Fop steht Turrets sind on Skiff Skiff boys Skiff Drauf halten Er yeated Sleeper out Soll ich Zuerst nen Trike droppen Oder wollt ihr Veggie Cakes Er kommt wieder Okay droppt ihr Droppt einer von euch Trike Ich geb Backup Mit der Fabi Da ist auch einer drauf vorne Jo ich droppe Aber seid vorsichtig Die Turrets hitten dich da relativ früh Wo soll ich Droppen Komm mit Obendrauf wahrscheinlich Achtung Nicht zu hoch Nicht zu hoch Aber hier nicht abspringen Die Turrets hitten dich Sobald ihr da über die Kante wisst Also wenn ihr den hier droppt Könnten wir safe den ersten Tower Schonmal soaken Die smoken Digger What the fuck Jo Perfekt 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 Soaken You're soaken Get killed Cheaters Get killed Fuck off dude Fuck off Hab einen Einer dead Nice nice Oh der ist hier vorne direkt Der ist direkt hier vorn boys Flack an Ha Digger der schreddert dich Pass auf pass auf pass auf Von rechts Ja ja Hi kurz Hier sind auch die Smokes hier hin Oh fuck Digger Ja sind nur Smokes alles gut Die sehen selber nichts Soll ich Trike droppen Ja mach die sehen's nicht Okay ich versuch's Oh warte mal sind die auf Sind die leer Haben wir Makeboos Nein die sind nicht leer Alter ich seh nichts ne 10 Cakes Unsere Fop schießt oder Unsere Fop schießt Ich wurde gegrabt Alter Wer die uns grabbt ist over Sind die leer die ersten Ich push ein bisschen vor Aber ich hab Schiss Weil die jetzt Von oben gucken Ich glaub alles leer Ich glaub alles leer Really Prickles Prickles Willst du run Blow den Blow den Aber pass auf Oh ich geh down Mad Bruce rein Hold on Sick 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 boys Ausgeben Ausgeben Ja 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 Wir haben's gleich Wir haben's gleich Drauf drauf Wir haben's Wir haben's Digger Wir haben's Da Parall shootet Einer Drauf 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 Fuck er ist weg Er ist weg Kriegen wir den anderen Noch gesoakt Mein Trike kann noch Bisschen Die Turrets stehen Bisschen Könnte halt sein Dass die mich kriegen Und nicht den Trike Ich zieh wieder vor an Ich erfriere sonst zu schnell Okay go go Loll Hier haben's Die haben's Die haben's Die haben's Die haben's Back off Back off Habt ihr ne Papp dann Kriegen wir den weg Ich komm nicht zurück Kriegen wir den weg Kriegen wir den weg Kriegen wir den weg Kriegen wir den weg Well played Ich werd gelittet Wir müssen das aufteilen Die Turrets Ja so ist perfekt So ist perfekt Wir beide token Mein Cakes sind auf Pool Und ich muss jetzt gleich raus Ich muss raus Ah okay Mein Trike is done Da ist einer Da ist einer Vorne vorne links Pass auf der schieß Pass auf Pass auf Ich zog nochmal weiter Ich zog nochmal weiter Wie sieht mein Gear aus Einigermaßen Shadowstack rein Ich hab nur noch 4 Cakes Also ich kann nicht mehr so lang Links Wieder links Wieder links Achtung Granaten Die werfen Granaten Wo ist der? Hier Hier Lasst Wie hui Ach du Hast du wohl last Ich mache mich Bereitsprit Was hast du bereits zu schrieben? Können wir nicht Bin wohl erst Fight hinten Fight hinten Er lockt mich Ich muss nachladen So macht man das. Wir könnten den Bloodstalker da unten töten. Ja, mach, 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 mach. Get connected. Ich glaube, wir sind drin, oder? Wir sind drin, wir sind drin. Runter, runter, runter. Bloody down. Bleib mal auf der Indie noch. Holy shit, wieder. Holy shit. Er klirrt die Betten, sehr gut. Ist hier noch irgendwo einer. Internals. Achtung, Achtung, Achtung. Powerblow. Scheiße, scheiße, scheiße. Feitsche raus. Nein, er ist wohl alleine. Ich bin Ed Bonat. Holt die Stalker. Holt den Bloodstalker. Er will den Bloodstalker nehmen. Wo ist der andere? Von Poundbow. Hose. Einer fliegt weg. Der fliegt weg. Der fliegt weg. Holt den Bloody. Nice. Sick, sick, sick. Jawohl. Jawohl. Geh, geh, Jungs. Einer noch. Ich blow den Laden. Ich blow den. Okay. Macht euch bereit, der ist drin. Der ist tot. Let's fucking go, digger. Good job, boys, alter. Nice fucking raid. Guck mal rein. War echt nice. War... Sorry, bro. Nee. Du motherfucker. Seid ihr schon länger hier? Ja, so seit ein, zwei Tagen vielleicht. Ein paar mehr vielleicht so. Das war fuck your retard. Also F-U-R. Fuck, ich schlaf ein, ich schlaf ein. Ich bin eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen. Wir könnten den Bloodstalker da unten töten. Jawohl. Wie komme ich zu euch? Wo muss ich hinporten, wenn ich zu euch will? Falls irgendwas ist? Ähm, also wir porten immer nach Moor-Osten. Und dann kommen wir hier ganz in der Nähe raus. Moor-Osten. Und dann kommen wir hier ganz in der Nähe raus. Und dann kommen wir hier ganz in der Nähe raus. Und dann kommen wir hier ganz in der Nähe raus. Und dann kommen wir hier ganz in der Nähe raus. My name is Thunder, Lightning. My name is something very frightening. My name is Adrenaline, Exciting. You don't believe. My name is Thunder, Lightning. I'll be showing up uninviting. My name is Adrenaline, Exciting. Untertitelung. BR 2018